Alles klar, liebes WWE-Universum da draußen herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play WWE 2K15 auf der PS4 mit eurem Goddy, beziehungsweise Ingame sind wir Billy Skinner Und ja, wir haben das Ding gegen Outlaw, oh Jericho, cool, gegen The Outlaw haben wir gewonnen beim SummerSlam Damit ist diese, in Anführungszeichen, Fede auch passé Ja, jetzt ist es natürlich sehr schade, dass wieder irgendwelche Überbrückungs-Matches kommen Oder jedenfalls scheint es so Chris Jericho, wenigstens das ist ein bisschen halbwegs spannend Ist jemand, den wir gar nicht leiden können Der Kollege hat uns wirklich schon des öfteren echt Nerven gekostet Und Titel gekostet Darf man nicht vergessen Auch den ein oder anderen Titel haben wir gegen Chris White 2J verloren Schöner Double X-Handablow in's Leere So, ja, es klappt ja Bombe Und da kommt der Big Boop an den Kopf Und ein Schlag, ein Hammer von Schlag Der hier Jericho zu Boden befördert Und was sehen wir jetzt? Ein Cover, ein Cover aus Heitem Himmel Oh, Kick Out Aber das war knapp, knappe Angelegenheit Der schöne Kick an den Kopf Und Billy Skinner macht weiter mit Attacken gegen den Kopf von Chris Jericho Jericho Eigentlich sollte er im Stand jetzt kein Problem mehr sein Der gute Die Zeiten sind Echt vorbei Ach, die dritte gegen den Rücken Ich erinnere mich Ja Ah, war ich zu lange haben, um rauszurollen Aber jetzt haben wir gesagt Zack Da haben wir das Lula Oh, hoch geht's, mein Freund Was ist eigentlich, wenn ich jetzt hier die Kreistaste drücke? Was passiert dann? Oh, oh Das Spiel Geben wir auf Seil Und dann machen wir jeden wunderbaren Äh, Elbow oder Big Splash Oder was machen wir? Big Splash Oh, oh Oh, oh Will es generiert doch nicht? Doch, er wird Und er tut Und er hat Und schau mal, wer der Rot am Kopf ist Jericho Hat jetzt ernsthafte Probleme Der Spear Sitzt auf Und Jericho liegt am Boden Ist es das schon? Ist das schon das Ende dieses Matches? Ich versuche gerade künstlich irgendwas an Spannung reinzubringen Ihr merkt es aber nicht, weil ihr so gebankt seid von diesen harten Aktionen im Ring Und das ist das Ende Aus, 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 aus So War gut, oder? Voll der Hammer So Der Spear Da Habt ihr noch gesehen Zumindest wie er Anlauf genommen hat Der gute Blitzkinder Aber Sind wir doch mal ehrlich Keiner will hier die Die Zwischenmatches Hier die Schnickstackmatches sehen Wir wollen Fäden Wir wollen Story Wir wollen Shortcuts Wir wollen Geprügelt werden Wir wollen selber austeilen Und das alles am besten Wirklich mit irgendeiner Hintergrundgeschichte Wir wollen The Authority Wir wollen The Shield Die White Family Hast du nicht gesehen Wir wollen gegen The Beast kämpfen Um den Titel Oder um überhaupt irgendeinen Scheißtitel Wo CM Punk hat jetzt den Titel Dann wollen wir gegen CM Punk kämpfen Ist doch scheißegal Nein Batista Ja dann wollen wir gegen Batista kämpfen In einem Last Man Standing Match Toll Batista ist der Den wir in der letzten Folge Mal eben umgehauen haben Der neueste Stand ist folgender Wir haben diese Woche Noch nichts für dich geplant Trainiere einfach weiter hart In diesen Matches Dann gibt dir die Authority Ja Voll gut Die Authority Genau Also Das Macht mich noch innerlich So fertig Wir haben uns Auf die Seite der Autorität geschlagen Wir Haben Randy Orton abgelöst Und Danach kam nichts mehr Danach kam nichts mehr Ich dachte wir werden jetzt Richtig schön Gefördert Der Hype hier von Was war das denn Von Triple H und Stephanie McMahon Und Ja nix ist Und das ist wirklich schade Genau Jawohl Also da fehlt auch noch irgendwie einiges Ich bin mir auch nicht sicher ob das alles hier so mit rechten Dingen zugeht Wobei, lustigerweise muss man ja sagen, der Zero, mit dem man schon mal auch über die Karriere ein bisschen gequatscht hat, der meinte irgendwie, dass was hier bei uns in der Karriere passiert, sei noch ziemlich spannend, glaube ich. Und vor allem meinte er irgendwie, bei ihm passiert ja gar nichts. Aber hier ist auch nicht mehr als gar nichts, oder? Also, ich würde jetzt nicht sagen, hier, ole ole, voll geil. Ja, komm, steh auf zum Kino. Der Kontert, der Lümer, ja, unglaublich. So. Der Kopf ist auch schon orange, also viele Attacken hier, aber auch ein bisschen taktisch natürlich. Schön wie er hier, oh, den umgedrehten Fuß macht. Ganz starke Aktion. Wie! Die eine Minute. So, bisschen höher. Können wir machen. So, mach mal. Schöne Aktion von Santino. Ja. Da haben wir mal hier was Halbes. Um dann was Gutes vorzubereiten. Palim, palim. Ich habe ja keine Zeit hier. Ich kann ja jetzt hier nicht rumspielen hier. Du musst hier fluppen, weißt du? Okay. Zack. Passt. Arsch voll toll. So. Jetzt ein kluges Cover, aber wahrscheinlich schiebt er noch Richtung Seil. So. Alles tut sich. Danke Mutti. Danke für nichts. Pinfall und so weiter. Komm, was trinkt immer. Das ist kratzig. So, die Scheiß brauchen wir uns gar nicht angucken hier. Das kennen wir alles un- und auswendig. Und? Wir sagen dir Bescheid. Ja. Mach das. Gewinne ich halt noch 500 Matches bis dato. Ist ja kein Problem. Werde ich halt der erfolgreichste Wrestler aller Zeiten nach siegen, ohne jemals einen anständigen Gürtel gehabt zu haben. CM Punk dagegen holt sich seinen Gürtel gegen Batista in Hell in a Cell zurück. Schön. Da freue ich mich. Ach, wir haben heute nichts. Ja, guck. Kofi Kingston. Kofi mag ich gar nicht. Kofi hat uns auch schon überdurchschnittlich oft geärgert. Der böse Kofi. Also die Leute, die schon die Folgen gesehen oder alle Folgen gesehen haben oder die meisten, die werden auch schon mal Kofi gesehen haben. Aber, die ist heute. Heute werden wir den guten Kofi hier an seinem Bad durch den Ring ziehen. Da bin ich ziemlich zuversichtlich, den Jamaikaner. Ja, eine gute alte Bearbeitete den Kopf-Taktik. ich habe die stelle gefunden danach habe ich eigentlich gar nichts mehr das ist das knie an den kopf um nächste kopation nachläuft eine barz hat das meister abgefangen bei der aktion so sieht das doch sehr hübsch aus palim palim bleibe nie mein freund oh konter von kofi kingsey jetzt macht er hier noch schnick knapp hier weißt du am frühen Abend die kofi komm her die kofi 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 sheamus besiege xm punk in einem nur submission match um die ww also sheamus neuer titelträger ja und wir haben nix das heißt wir machen hier tatsächlich ja komm gib mir den stärksten der welt äh ja in dieser folge drei wunderbare extrem schön anzusehende äh überbrückungsmatches toll da freu ich mich das macht spaass freut ihr euch auch das freut mich wenn ihr euch freut ich glaub schon redet wie die skinner hallo mark henry wie geht's dir mir geht's ganz gut ich möchte dich verpröbeln nein eigentlich eigentlich hat er bestimmt so voll im texana äh äh dialekt so oder so das heiho mark henry ne ich bin's ich bin's ich bin's vielleicht unter den namen mast schwein so juni das könnte weh tun das tat auch da war man nicht von hier mark henry warum ich dir weh tun und was getan hast blamiert hier vor meinen zuschauern henry und sie das gut oder was bleibt liegen du bist mir gefallen und bleib liegen was habe ich gesagt ich habe gesagt Das wollte ich mit ihm machen, Jungs. Oh, Big Boot an den Kopf. An dem Mongo Pop von McHenry und jetzt die Vorbereitung sind Speer. Und das wird natürlich mit Aufprallschutz, mit Airbag, Deluxe. Ich weiß nicht. Also gekontert hat er mich nicht. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Oh, was seine Aktion vom stärksten Mann der Welt. Also er hätte das gekontert, hätte er eigentlich ein Signature. Ah, die pure Power hier. Von Billy Skinner, da hebt der Mark Henry hoch. Und slant ihn zu Boden. Einmal die Sichtsmassage in den Rücken. Entschuldigung. Gesicht ist das andere, ne? Ja. Bleib weg. We're free. Und da kommt der angestürmt. Und da sitzt der Speer. Der stärkste Mann der Welt. Liegt auf dem Boden. Auf allen Vieren. Wie ein Käfer und kann sich nicht mehr rühren. Billy Skinner. Muss ihn jetzt nur noch hier... Nur noch? Das ist ja schon hier eine Arbeit, das Muppet in die Ringmitte zu befördern. So, das Cover. Eins. Zwei. Kick out. Kick out. Mark Henry lebt noch. Ja, er lebt noch. Was für ein spannendes Match hier. Zwischen Billy Skinner und Mark Henry. Oh, schöner Trip an den Kopf. Das muss es doch nicht gewesen sein, oder? Unglaublich. Da kommt nochmal das Knie. Und der Konter. Wow. Und jetzt mal Henry wieder im Drücker. Unglaublich. Unglaublich. Oh, oh. Boom. Boom. Was für ein Big Splash. Und direkt nochmal, ne? Ja, wollte gehen. Mark Henry jetzt mit Aktionen, die wirklich sitzen. Die haben alle Hand und Fuß. Boah. Das ist in der Fläche, oder? Ich kann ja noch gar nicht mehr Kontern. Egal wann ich drücke. Äh, es ist nicht gut. Jetzt sollte es passen. Aha. Palim, Palim. Genug der Spannung. Lass gut sein jetzt. Hast du nicht gut von gewährt und alles ach. Jetzt muss ich dir echt noch wehtun hier. Muss ich wirklich noch gemeint zu dir werden. Oh, yes. Steh auf, Dicker. Steh auf. Wen meinst du? Dich. Okay. So. War gut. Habt ihr Genuss. Das, äh, macht die Folge schon zu einem Highlight. Nicht. So. Aber jetzt packen wir nur mal einen Thrompy hier. Hab ich Bock zu. Den Speer hat er ja schon passiert. Kann er nochmal hier nach oben gestemmt werden. Ah, weil das einfach richtig gut aussieht. Bam. Bam. Und das Cover. One. Two. Three. Jetzt ist aber endgültig. Sau geil. Wir besiegen Mark Henry. Wenn auch, äh, mit etwas, äh, ja. Langer Zehklopfphase. Aber jetzt ist er mit, jetzt sollte er richtig gut durch sein. Ne? Ah ja. Titelnamen schon irgendwie richtig gut durch. Oder. Zeh gekloppt. Den alten Schinken. Hm. Ja. Irgendwie sowas. Äh, wir kommen auf dich zu. Alles klar. Ja, dann halt nicht. Okay. Okay, Leute. Ähm. Ich würde sagen, diese Folge müsst ihr euch einfach spannend saufen. Das kriegt ihr schon irgendwie hin. Äh, in der nächsten wird's dann besser. Hoffe ich. Bis, äh, zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Vielen Dank.